Ein Sturm zieht auf. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Krieg liegt in der Luft. Das Böse erwacht. Ein lange verwandter Feind bräuchte. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung krachen, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefressen haben. Sie beschreiben das 582. Jahr der Zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges trönen. Hier beginnt unsere Reise. Die Trommeln des Krieges trönen. Ich schargze dich im Gewiss von Strom commands. Die Trommeln des Krieges trönen. Die Trommeln des Krieges treten. In Spendeln des Krieges aus wardrobe jeunes bringe Geest Come eine Battelle. Die Trommel des Krieges trönen. Wieza� diese Dröm образом mitbeале sind froh. Untertitelung des ZDF, 2020